Moins und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Arc Survival Wolft. Wir machen jetzt die Insel unsicher. Ich pfeife jetzt meine Saurier ran. Mit J war das, ne? Ihr folgt mir jetzt, ne? Jawoll! Juhu, juhu, juhu! So, dann wollen wir mal reiten. In die Weiten. Ist das cool. Ich hab ne Saurier-Armee, die hinter mir herstopft und für mich kämpft. Hahaha. Das ist so geil, das ist so schön. Das ist der Wahnsinn. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich dieses Spiel schon gehabt hätte, wenn ich damals, als ich fünf oder sechs Jahre alt war, in dem Moment eigentlich doch, im Alter so von fünf bis acht eigentlich, kannst du sagen. Ich glaub, mir wär die Rübe geplatzt, wirklich. Mir wär sowas von die Rübe geplatzt. Ich, ich wär ausgerastet. Ehrlich, ich wär ausgerastet. Ich weiß noch, wie ich damals, da gab's so ne, so ne Heftreihe. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie die hieß, aber da gab's in jedem Heft immer so ein, so ein, so ein Plastiknochen für so ein T-Rex-Skelett, was man sich zusammenbauen konnte. Dann, wenn man dann alle Hefte gekauft hat, hat man dann das ganze Skelett zusammen und konnte man das so zusammenstecken. Und da war halt ganz viel Info über alle möglichen Saurier-Arten, stand da drin. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich hab's nicht aufgehoben. Ich glaub, die Hefte gibt's nicht mehr. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Also, ich hab, früher hab ich auch viel Mickey Mouse gelesen. Das gibt's, glaub ich, auch alles gar nicht mehr. Ah, da ist das Spinosaurus, okay. Jetzt müssen wir taktisch vorgehen. Ähm, ja, auf jeden Fall hab ich die Hefte verschlungen, als ich, äh, als ich so alt war. Und hätte ich damals so ein Spiel gehabt, ich glaub, die Hefte, die wären sofort, äh, out gewesen. Also, ganz ehrlich, das, das wär sofort uninteressant geworden. Ich hätte die ganze Zeit nur dieses Spiel gespielt, glaub ich. Man hätte mich nicht mehr vom Bildschirm weg, man hätte mich wegzerren müssen, wahrscheinlich. Ich meine, man muss mich ja heute eigentlich auch wegzerren. Es gibt ja kaum ein anderes Spiel, was mich so fasziniert in letzter Zeit. So, jetzt ist die Frage. Wo ist er? Wo ist er? Ich will den, ich will diesen Spinosaurus töten. Denn, wenn man die tötet, die haben nämlich auch so Spezialrezepte und sowas im Inventar. Und wenn man die tötet, dann, äh, dann kann man die Rezepte bekommen. Ich hab den doch gerade hier rumlaufen sehen. Wo ist denn der Penner jetzt wieder hin? Ich hab doch die, die Rückenflosse, hab ich doch gesehen. Wo bist du? Zeige er sich. Sieh da, da haben sie nämlich gleich Angst. Wenn man mit so einer Dino-Armee angeritten kommt, haben sie alle Angst. Ich will das nur mal grad testen, ob ich wirklich, ob ich wirklich, äh, wenn die Saurier mich angreifen, ob dann die anderen Saurier helfen kommen. Also, ob meine Saurier mir dann helfen. Das will ich grad mal testen an nem Dilophosaurus. Komm mal her, du blödes Vieh. Greif mich mal an. Greif mich mal an. Komm, du A. Du A-Loch. Komm mal her. Greifen die anderen mich jetzt. Ja, sie kommen. Habt ihr das gesehen? Wie geil ist das denn? Warte mal, warte mal. Wie geil ist das denn gewesen? Das ist ja mal episch. Der, der hier, der, der, der Horner, der stößt einmal zu und dann ist das Vieh schon platt. Wie geil ist das denn? Das ist ja mal episch. Ah, Moment mal. Genau, da fällt mir was ein. Hast du was abbekommen? Oh, du hast ein bisschen was abbekommen, ja. Okay, du bist kein guter Kämpfer. Das seh ich schon. Gut, Moment. Irgendwie konnte man die auch noch so einstellen, dass die, äh, dass die, wenn, wenn, wenn sie angreifen oder wenn ich jemanden angreife, dass die dann auch drauf gehen. Enable Following. Ich, ich wissel mal. Kommt mal alle, kommt mal alle mit mir mit. Wir machen jetzt ein Spinosaurus platt. Da ist er. Okay, Achtung. Ich wähle aus meine, äh, meinen Pfeil und Bogen. Oh, scheiße. Ich muss erst mal ein paar Zielübungen machen. Okay, alles klar. So, jetzt geht's los. Zielen und Kalabambum. Hat er, Ah, guckt mal, die Lofosaurier helfen mir auch. Das ist gar nicht so schlecht. Ich weiß aber gerade nicht, ob ich überhaupt treffe. Ich bin mir überhaupt nicht sicher, ob ich gerade überhaupt irgendwas treffe. Aufpassen, dass ich nicht den, wow. Komma, klar. Weiß gerade nicht, ob ich überhaupt irgendwas treffe gerade. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Helft mir, schnell. Helft mir. Meine Minions, helft mir. Stirb doch. Stirb doch, du, du Vogel. Loll, der haut ab. Der haut ab. Ja. Sieg. Er muss sterben. Ja. Ja. Ich habe ihn. Ich habe ihn getötet. Ich habe ihn getötet. Der mächtig Spinosaurus. Jetzt schnell ins Inventar gucken. Der hat nichts dabei. Der hat nichts dabei, der blöde Hund. Ich raste aus. Verdammte Scheiße. Verdammte Scheiße. Wieso hat er nichts dabei? Ach, Mann. Aber seht doch mal, was ich für eine geile Dino-Armee habe. Ha, 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 ha. Ja, ich mache sie alle platt. Ich liebe euch. Ich liebe euch. Ich liebe euch. Habt ihr was im Inventar? Habt ihr vielleicht was aufgesammelt? Habt ihr vielleicht was? Oh, au, au. Du bist fast tot. Du bist fast tot. Das ist gar nicht mal so gut. Ah, guckt mal. Guckt mal. Ey. Die haben das aufgesammelt. Wie geil ist das denn? Okay, warte mal, warte mal. Hast du auch was? Ne, du hast nichts. Oh, da ist noch ein Toter. Guckt mal. Den holen wir uns auch noch. Moment. Ist da was drin? Ne. Den holen wir uns hier auch noch. Jawoll. So, meine lieben Freunde. Ihr kommt mal mit. Wir gehen jetzt doch wieder nach Hause. Jetzt möchte ich nämlich erst mal die Früchte meiner Arbeit möchte ich jetzt erst mal genießen hier. Also die Früchte unserer Arbeit, ja. Ich meine, ihr hattet einen kleinen Teil der Arbeit habt ihr auch gemacht. Das will ich gar nicht bestreiten, ne. Ja, genau, genau. Aber ich meine, der Löwenanteil, ja. Das Genie hinter diesem Plan. Hä? Hä? Ja, weil die, das muss man ja auch sagen, die Dinosaurier hatten keine großen Gehirne. Die hatten ja teilweise Gehirne, die so groß sind wie eine Walnuss. Es ist ja, das ist ja ein Trugschluss. Also wie das teilweise in Jurassic Park dargestellt wird, dass die irgendwie so hochintelligent gewesen sind. So gerade die Raptoren und so. Das ist, ähm, das ist Fiktion. Also die haben ja eigentlich ziemlich kleine Gehirne gehabt. Und waren eigentlich gar nicht so wahnsinnig schlau. Also gerade die Pflanzenfresser. Plato, du schaffst das, oder? Warum ist denn hier jetzt ein Bronto gespawnt? Das finde ich jetzt eigentlich gar nicht mal so cool. Obwohl man, naja gut. Ich meine, bei nächster Gelegenheit könnte man natürlich auch mal probieren, auf den Bronto zu gehen, ne. Und den Bronto zu töten. Ich werde größenwahnsinnig. Ihr merkt das schon. Ich werde jetzt richtig größenwahnsinnig. Wir haben einen Spinosaurus getötet. Ich meine, wie geil kann das noch werden? Ich meine, das ist der gefährlichste Fleischfresser überhaupt. Und wir haben ihn gekillt. Meine kleine Armee hat ihn gekillt. Hier, der James hat den Ablenker gemacht. Horner hat ordentlich zugestoßen. Und Plato ist, äh, sowieso geil. Hehe. Ihr seid so geil. Ihr seid die Besten. Ihr seid die Besten. So, und ich stelle euch mal auf Passiv. Ne? Ihr seid passiv jetzt, ne? Ihr steht rum. Naja, wartet mal. Kommt mal her. Kommt mal hierher. Kommt mal hierher. Hä? Hallo? Alle zu mir. Alle Saurier zu mir. Alles hört auf mein Kommando. Und stopp. Hihihihi. Hihihihi. Oh, ist das geil. Guckt sie euch doch an. Guckt sie euch an. Ist das nicht wundervoll? Das ist so wunderschön. Okay. Äh, gib mir mal die Sachen, die du, ähm, im Inventar hast. Ich möchte nämlich... ...sehr gerne... Warum hast du eigentlich noch hier Dings? Die brauch ich doch. Ich möchte sehr gerne... Äh, wie viele Äxte hat der denn dabei gehabt? Der hat ja einen ganzen Werkzeugkasten hat der ja dabei gehabt. Der Spinosaurus. So, die Pfeile, das sind nämlich meine Pfeile, die ich verschossen hab. Der hat zwei Betäubungspfeile im Inventar gehabt. Damit könnte ich jetzt nämlich theoretisch auch versuchen, einen Terranodon zu zähmen. Ähm, denn ich glaub, zwei Schuss aus so einem Betäubungspfeil reicht schon aus, um den vom Himmel zu holen. Und ich weiß, dass die Terranodons, dass die ziemlich schnell Bewusstlosigkeit verlieren. Also man muss ziemlich viele Narkotiks reinstopfen. Und... Ja. Ich würd sagen, ich nehm jetzt hier mal diese Werkzeuge raus und stopf die mal in eine Kiste von mir. Ich hab nen Spinosaurus getötet. Das ist so geil. Das ist der absolute, absolute Oberhammer, muss ich mal sagen, an der Stelle. Das ist einfach der Wahnsinn. Hab ich jetzt die Tranquilizer Arrows noch im Inventar? Ich mein, ich hab 18 Fleisch. Die, äh, Terranodons, die fressen sogar Fleisch. Ich könnte mal gucken, ob ich vielleicht hier irgendwo ein geeignetes Opfer finde. Ich muss nur schauen, dass meine Saurier irgendwie auf neutral gestellt sind, ne? Weil die sonst meinen... Weil die sonst den Terranodon fressen. Äh, genau. Auf Passiv müssen sie eingestellt sein, glaub ich. Passiv. Passiv. So. Ihr seid alle passiv. Das ist gut. Denn ich möchte nicht, dass ihr jetzt irgendwas angreift, was ich angreife. Das ist nämlich ganz wichtig. Da muss man unbedingt drauf achten. Wenn man da nicht drauf achtet, dann... Wenn man jetzt zum Beispiel einen Raptor zähmen will, ja? Und man schlägt den Raptor. Und man hat einen Saurier dabei, der auf neutral gestellt ist. Dann glaub ich, dann geht der auch mit drauf. Und dann tötet der den Raptor, den man eigentlich ja betäuben und zähmen will. Aber ich bin grad ein bisschen verwirrt. Warum hab ich denn hier nicht einen einzigen Terranodon? Sonst sind die immer um mich rumgelaufen. Und jetzt ist hier gar nix. Was ich eigentlich auch gerne mal hätte. Ich weiß grad gar nicht, wie... Ich bin grad wieder... Ich weiß grad gar nicht wieder, was ich zuerst machen soll. Ich hab so viele Sachen, die ich jetzt machen würde. Ähm... Ich würd auch gerne im Plesiosaurus zähmen. Das soll ja nämlich gar nicht so schwer sein. Man muss einfach nur warten, bis die rangeschwommen kommen. Und dann muss man denen Fleisch ins Inventar stecken. Und dann sind die wohl schon... So gut wie gezähmt. Und den Sattel könnte ich sogar auch schon machen. Da hinten ist ein weißes Licht. Aber weiße Lichter sind eigentlich schon uninteressant für mich, oder? Ich bin ja schon Level 15. Level 16 bin ich sogar schon. Okay. Was könnten wir denn mal wieder bauen, ist mal so eine Frage. Wir könnten auch mal anfangen, hier... So tolle Sachen zu bauen. Zum Beispiel... Äh... Mauern. Oder... Habe ich eigentlich Holzfoundations schon freigeschaltet? Ne, hab ich gar nicht. Toll. Ich bin auch clever. Ich hab die Holzwände freigeschaltet, aber keine Holzfoundations. Ah, genau. Jetzt weiß ich, was ich machen wollte. Ich weiß es. Ich weiß es. Ich weiß es. Aber das machen wir, glaube ich, erst in der nächsten Folge. Ich mache hier... Hier. Hier. Lederrüstung mache ich. Das ist der Plan. Das ist der Plan. Ich mache eine Lederrüstung für mich. Dann halte ich nämlich auch mehr aus, wenn ich angegriffen werde. Okay, da brauchen wir auch mal Fibers. Die kann ich schon mal rausholen. Und ich habe alles. Genau. Jetzt habe ich alles dafür. Das Fleisch stopfe ich mal hier ins Feuer rein. Das können wir mal machen. So. Genau. Und das stopfe ich mal hier rein. Und genau. Dann würde ich sagen, ist die Folge an der Stelle zu Ende. Und in der nächsten Folge Arc... Ha! Ha! Schieße ich jetzt... Schieße ich auf den Terranodon und versuche ihn am Boden zu halten. Bis zur nächsten Folge Arc Survivaly Wolf. Bis dann. Ciao, ciao! Ciao, ciao!